jetzt seid ihr überhaupt darunter gekommen ich sehe überhaupt kein seil oder sowas unsere seile sind unten wollte ich selbst unterlassen wie dachte die die seile wieder hochzubringen mit den lösen ich bin ich um und guck mal ob am loch irgendwelche ösen sind ja man kann sagen da hat wohl tatsächlich jemand in den sarkophag ösen eingeschlagen die jungs können die jungen können froh sein dass sie nützlich sind doch diese seile würden auch ich halten meine lords und die hat diese kultisten dort unten entdeckt wir wissen nicht genau wo sie sind aber wir können sie hören wenn ihr euch in die in die kammer begebt auf der linken seite dort kann man hören wie sie reden aber sie sind viel weiter unten da bräuchte die ein längeres seil oder ihr müsst die schlucht runter klettern würde mich unten umschauen oder total sei vorsichtig nicht dass du allein in einem hinterhalt kräzt ich werde vorsichtig sein ich werde ihm zur seite stehen ja das hatte ich auch für besser und dann geht es wieder runter der imperator steht bei mir ja laufen das ketten schwert oder das ist aus ihr könnt an dem letzten verbliebenen tunnel folgen der wohl die richtung gedeutet wurde und könnt während ihr dem tunnel folgt in die nächste kammer an der seite unterschiedliche szenen und abbilder erkennen die wohl aus dem stein gemeißelt worden sind in die in die kathedrale hinein dabei handelt es sich um bizarre landschaften voller geometrischer strukturen pyramiden befremdliche skelett gesichter würdet ihr meinen ganz ganz menschen ähnlich eventuell und sarkophage viele viele sarkophage die haben allerdings überhaupt so gar keine ähnlichkeit mit denjenigen die oben gefunden habt oder den vom tippe achillos was für eine schänderei eine runde scheibe die von glyphen umringt es zeigt eine reihe von bauwerken unter einer horizontalen linie über alles ist voll mit mathematik würdet ihr sagen mit mit geheim zeichen bruder könntest du uns einen gefallen tun und deinen helm aktivieren sonst sehen wir nicht was ihr da unten entdeckt habt minus schnaubt einmal und setzt dann allerdings den helm auf dies alles scheint nicht teil der ursprünglichen anlage zu sein auf jeden fall eine schänderei des tempels wenn dies einst ein tempel gewesen war dieser bauteil abstrakte darstellung irgendwelche bauwerke werden das sicherlich sein und so wie es hier in den stein geschnitten worden ist unter der oberfläche des ozeans oder von von einem wasserspiegel es sieht so ein bisschen aus als würde sich wenn ihr dem gang folgt immer wieder mathematische sequenzen wiederholen bruder gabriel ich habe kein gutes gefühl wenn wir unsere brüder da alleine unten lassen ich auch nicht ich glaube diesen diese menschen haben ihren zweck erfüllt wie wollen wir weiter mit ihnen verfahren ich bin für die neutralisation wir haben xeno artefakte aus einer heiligen krypta geborgen so etwas sollte nicht in den munter der menschen auf diesen planeten hier kommt ich stimme dir zu aber ich denke die örtliche die örtlichen abites wären wahrscheinlich froh über ein paar verhöre die sie noch führen könnten bevor sie sie exekutieren ich spreche das im funk oder vielleicht können vielleicht könnten sie uns nützlich sein und dem freihändler eine falle zu stellen ja das wäre schon noch möglich da hast du recht bruder dieser freihändler sollte nicht unser unser belang sein sollen sie sich die menschen hier auf diesem planeten darum kümmern mit der kreis unser premier ziel aber ist nicht eins unserer sekundärziele diese xeno verschwörung aufzudecken und vielleicht hat dieser freihändler damit etwas zu tun wenn er artefakte von anderen stellen ankauft ist gut möglich dass er uns auf andere solche orte weisen kann und wenn er wenn diese hier diese artefakte hier verkaufen und auch hier bergen verkaufen ist es definitiv ein teil unserer mission bruder habt ihr dort unten irgendwelche zeilen entdeckt oder hatten die seile bei sich als er sie hochgeschleppt hat sich da was also tordahl hätte noch neben dem stab erkennen können wie dort seile liegen ja ja hier waren seile könnt ihr uns die seile beschaffen dann könnten wir vielleicht mit euch runter dann komme ich zurück vielen dank bruder ja zwei minuten später schließt du mit dem seil oben und kannst das ganze dann höchstwahrscheinlich in der böse von dem sagt fragt wieder befestigen die seite sind auf alle fälle aus stahl und sind eben auch dafür gedacht dass man schwere gegenstände hochziehen könnte wenn man sie dann geraubt hat gegrabräubert und selbst in euren servo rüstung könntet ihr euch das sicherlich runter lassen ist jetzt die frage ob ihr den sarkophag dafür benutzen wollte oder ob ihr eine andere möglichkeit findet ich habe da starke ansichten zu ja also das finde ich jetzt auch nicht so toll aber der sarkophag ist ja schon durch die öse ein wenig geschändet und wir verschlimmern das ja jetzt nicht also ich würde vorschlagen gabriel wenn du magst lasse ich dich runter und sichere oben erstmal im zweifel können auch armenius und ich euch sichern und ihr geht nach unten hatten wir zufälligerweise zwei seite so dass wir mit dem zweiten seil die beiden grabräuber noch irgendwie anbinden kann ja sind 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 zwei seile genau aber dann nehmen wir das zweite und verschwören die mal fachgerecht durch doch wir brechen denn jetzt einfach die beine und funken worgen der soll eine abholung für die organisieren und deswegen lassen wir dich nicht mit menschen alleine ich hätte sie jetzt einfach wieder mit nach unten genommen unten fachgerecht verschnürt dann haben wir auch nicht weg ja das recht ihr nehmen sie einfach mit runter und nehmen die seile mit oder so ist egal und sie können sie so oder so bewegen sind wir ich machen und wir brauchen sowieso die seile haben sie uns gesagt ich finde so meine idee am besten aber machen wir das ebenso also mit nach unten nehmen finde ich keine so gute idee wenn wir uns irgendwo anschleichen sollen und die dann auf einmal anfangen uns rum zu jammern und zu flennen oder sowas nicht mitnehmen mitnehmen die können im schiff stehen bleiben ja okay gut dann sind wir einfach wenn du versuchst die kauf zu schlagen bringst du sie um ich krieg das denn wir haben ja einen genaillisten für gabriel kann das zum glück bin ich nicht zum glück finde ich kann sie doch einfach beruhigungsmittel spritzen oder sowas wie man das die zehnfache dosis ne ich schnippse dem einfach mit der server rüstung bei der an beiden einmal gegen mehr hinterkopf dann sollte das passen ja alles klar kannst kannst sie dann in die ohnmacht schnipsen und so könntet ihr die dann auch verpacken euch selbst dann an der öse befestigen und dann nach und nach runter lassen die menschen lasst ihr dann hier oben oder nehmt ihr mit nehmt ihr mit lassen wir unten unmächtig so ich lasse uns tatsächlich auch den worgen anfunken dass der irgendwie oben mal diabetes ruft oder so irgendwas dass sie das hier oben abgesperrt wird er und wir danach jemanden haben der uns die menschen direkt aus der hand nehmen können okay ja ungefähr zehn minuten später steht ihr wieder unten alle gemeinsam die seile dass die in den höchsten so dass ihr euch jederzeit wieder nach oben ziehen könnt und könnt dann nach und nach sowohl das geplünderte mausoleum noch einmal begutachten den reliquien schreien mit dem merkwürdigen stab und ansonsten auch gemeinsam in richtung der letzten verbliebenen tunnel gehen dort wo wohl nach meinung der anderen beiden die kultisten wohnen ich möchte mir vorher noch einmal den stab genauer anschauen ob ich denn entweder einen uns bekannten hatte fakten zu also assoziieren kann zu ordnen kann oder ob mir das allgemeine irgendwas sagt also ganz genau du kannst verbotenes wissen xenaus würfeln ja das ist tatsächlich geschafft ja also wie gesagt sicher irgendwie ein großer starb der grün leuchtet du hast ja in diesem artefakt dokument von zahl vincent hast du ja bereits wohl gelesen dass es ein solches sichel klängen zepter geben sollte in seinen eigenen inventar das ist allerdings auch verschwunden ob das jetzt das gleiche zeremonielles dieses zeremonielle werkzeug ist dass das weißt du jetzt nicht da kannst du kurz mal reinschauen ob du irgendwelche mikroschaltkreise erkennen kannst aber du bist jetzt kein kein xenos experte auch wenn du von der deathwatch bist aber da bräuchte so sicherlich jemand vom inquisitor oder vom ordo xenos gut dann überlassen wir das der inquisition also brüder dass dieses artefakt leicht grünlich klimmt oder leuchtet unruhigt mich irgendwie es ist doch schon sehr gut und damit zweifelsohne gefährlich ja und darüber nachzudenken legt verderbnis ein in der tat wir sollten es einfach der inquisition übergeben wir werden schon wissen was sie damit zu tun haben ich stimme euch zu bruder ich kann da auch nichts mit anfangen sollten hier noch irgendwelche kultisten oder irgendwas sein müssen wir sie ausschalten ihr habt recht ich fasse den bolter fester wir sollten sie nicht dazu einladen uns zu empfangen also sollten wir uns beeilen wer weiß ob sie schon was mitbekommen haben und dann geht's los und zwar zügig alle richtung kultstätte ja ihr dürft mir ganz gerne mal einen wurf auf logik bringen der ist allerdings schwer also minus 20 okay da ich auf halbe entwürfeln würde ist es dann für mich die minus 10 ich passe also die 1 kann man immer gefühlen glaube nicht wenn man drunter wäre außerdem die 100 kann man auch immer würfeln und darauf lasse ich nicht ankommen logik also ich würfel da auch auf die 10 und ich habe eine intelligenz von 64 also es sind es sind auf alle fälle wenn ihr wieder an dieser an diesem tunnel entlang geht es sind mathematische sequenzen es könnte sein dass es so etwas wie koordinaten sind aber ja absolut keine ahnung ohne den richtigen schlüssel ist das absolut und dekodierbar wirklich wird auf jeden fall mal abgespeichert eine bild von der teil davon erstellt ja mache ich auch total durch diesen gang sind werde ich den speicher meiner heimkammer löschen so als konterpunkt so geht jeder anders damit um ja richtig einige von uns wollen ja nicht ewiger verdammtes anheimfallen aber ihr tut was ihr tut korrekt ja es ist natürlich die frage ob die inquisition diesen tunnel jemals gesehen hat zumindest führt er direkt ab von einer imperialen kathedrale dann eben bis zu einer weiteren kammer die ihr entdecken könnt gemeißelter tunnel mündet in einem kleinen vorraum allerdings ist hier wohl durch die weiteren bauarbeiten von oben eine eine schlucht entstanden im inneren des berges der wohl ausgehöhlt ist geht es hier wohl viele viele hunderte von metern nach unten die euch dann auf der äußeren seite dieser dieser kult kammer dann nach unten führen also es ist ein sehr steiler abhang den die dann nach unten klettern müsste wenn die richtige ausrüstung habt die beiden marines mit dem sprung modul können selbstverständlich auch nach unten schweben aber wofür auch immer wenn ihr euch ein bisschen umblick in diesem vorraum es wird mit dunklem material ausgekleidet auch durch die jahre der plünderung übel zugerichtet hier standen wohl eine ganze menge an verschiedenen statuen das gestein ist mit zahlreichen narben überzogen und die wände zu beiden seiten zerfallen stark geschwächt dass wenn ihr euch dann ja auch die die säulen anseht die konstruktion dieses kennotaphs hat tatsächlich dann auch diese kammer in mitleidenschaft gezogen als man dann tiebe achillos sein ein gewaltiges mausoleum errichtet hat wenn ihr euch allerdings nach weiter an diesen rand begebt könnt ihr dort nicht nur dunkelheit entdecken sondern so was wie ein warmes licht und das echo von gedämpften stimmen die viele male an den an den felswänden gespiegelt worden sind brüder seit leise da unten höre ich was ich würde gerne mal genauer danach laufen octavius schau ob du diese steilen willen extra ihren kannst und für uns zu einem verständlichen ton machen kannst ja ich glaube das kann ich ja also mit dem ausbex ist es wohl möglich du kannst dann eben auch die daten auf die helme deiner brüder übertragen torter versucht es selber schafft das wohl aber nicht ganz und wenn octavius dann auch den mit dem nicken angedeutet hat dass er so weit ist mit seinem ausbex kannst du den helm ebenso aufsetzen so dass du dann den rest mit aufschnappen kannst wie gesagt du fühlt das so ein bisschen diese dieses echo raus und kannst dann hören dann sprach der todlose zum bauern ich sehe du hast meine lektion beherzigt eine saat gedeiht auch in der dürre während die felder deiner nachbarn drach liegen deswegen werde ich deine bitte erfüllen der bauer fiel dankbar auf die knie während der todlose anmutig zu seinem kranken kind schwebte der todlose legte seine kühlen hände auf die stirn des burschen die krankheit verließ sein körper und erwartet wieder heil könnt ihr viel gemurmel und zustimmende ja rufe hören immer wieder die wiedergeborenen die todlosen und das unter einer imperialen kathedrale ist schreit für mich dafür dass wir da unten säubern müssten ich stimme zu das einzige problem was ich da sehe wie kommen gab hier noch nicht darunter wie tief ist das einfach darunter mehrere hundert meter und wie lang sind die seile die seile sind 40 50 meter wir können nicht jeder einen packen und darunter die sprung modulen ist zu schwer oder das zu schwer weil ihr könntet zu zweit einpacken und dann untergehen dann müssen wir allerdings entweder unten zu dritt sein oder einen unten lassen während wir den anderen holen und das lädt desaster ein das wäre wäre das gleiche so da könnten wir allein den gleichen wenn ich das anguckt diesen absturz und es wäre wohl ein anspruchsvoller kletternwurf also da kann man runterklettern also ich sehe gerade hier die stärke wird ja durch die selber rüstung verdoppelt oder nicht nein durch die space marines hier das ist ein stärker bonus du kriegst einfach für durch die rüstung 20 punkte stärke oben drauf ja gut dass das das kletter ich jungs gut wir klettern alle hinab und sie sollte jemand stürzen werden torter und ich ihn aufzufangen versuchen das ist eine gute idee und wir könnten die seile noch nutzen um uns zu sichern inform wollen dass wir sie irgendwie versuchen behalten wenn ihr einen blick auf die katze erhascht dann zögert nicht nun geht und macht dem imperator ehre gut klettern wir herab wir nutzen das mit den seilen am besten um jeweils gabriel und arminius und octavius und tordahl zusammen zu binden damit die jeweils mit strom modul falls einer runterfallen sollte intervenieren können es sind wahrscheinlich schon karabiner dran wir können uns einfach einhaken ja da könnte davon ausgehen also eine rüstung wird sicherlich irgendwie eine höse dafür sein klar dass eine alleine dann nicht einen abstürzenden halten kann es ist aber leichter wenn nur eine von uns beiden jeweils den anderen fangen muss ist wenn wir beide einen abstürzenden fangen müssen aber der zweite müsste dann auf jeden fall bevor dem abstürzenden hinterher springt dann seinen karabiner lösen also sagen wir mal tordahl und ich sind jetzt verbunden ich falle runter tordahl fällt mit oder hilft mir du hinterher und wärst dann ja noch aber an gabriel befestigt und das ist tatsächlich blöd klemmen wir uns die seile einfach okay ich sage es nur will es so wenn ihr runter fallt und stürzt alles klar dann probieren wir uns einfach ich bin nicht derjenige es geht nicht darum dass ihr fallt und daran verreckt es geht darum dass sie das heilige relikt eurer rüstung mit beschädigt deine sorge um unser leben rührt mich bruder wir wurden geboren um für den imperator zu sterben im kampf für den imperator zu sterben und zwar eine ruhm und ehre ist kritik wenn ihr ruhm und ehre machen wollt dann fallt ihr nicht quittiert armenius das und fängt an zu klettern ich bin hier um unser um unser leben und sorgen zu machen dafür müsst ihr keine bedankenkraft verschwenden ja ich habe mich hierbei tordahl ein und kletter dann auch runter okay dann bitte von jedem einen anspruchsvollen klettern wofür so plus minus null das ist definitiv wir sind alle trainiert im klettern aber ich war ja klar jeder hat es geschafft problem ist er also damit da 1 und ich mit mir 33 ich sehe es auch als in zwei kritzen folge ja so könnt ihr ohne weitere probleme nach unten klettern auch wenn mögliche bröckelnden felschen oder so etwas weil das ein oder andere mal unter eurem servo handschuhe nachgeben könnt ihr sie auffangen oder die ganze zeit unter euch hin durchklickern und dann auch die kultisten und euch aufschrecken selbstverständlich wenn ihr eure sprung module gezündet hättet dann würden die die kultisten unten auch wissen dass ihr kommt aber so seid ihr im vorteil und könnt dann erkennen wenn ihr dann nach unten geklettert seid wie sich dort eine weitere kaverne öffnet eine kammer neben einer weiteren statu von einer dieser skelettierten merkwürdigen sehr dünnen kreaturen wohl dieses mal nicht aus stein sondern aus metall und ihr könnt die gestalten sehen die sich dort versammelt haben sie allesamt in einfacher oben so wie man sich ein kultisten vorstellt aus wolle oder baum baumwolle gekleidet so wie sie für die bewohner von kart hier eben typisch sind in der mitte wie gesagt dieses primitive standbild von einer gewaltigen mitteilenden krieger sieht humanoid aus aber eben nur vage ausgeführt viel zu dünn unbekannter handwerker höchstwahrscheinlich war das kein mensch auch wieder xenotech und der kopf ja es ist wohl auch bemalt es handelt sich dabei um einen kalkweißen schädel und ja ihr könnt wie gesagt hören wie wie dort die kultisten miteinander sprechen wieder die die todlosen preisen eine parabel nach der anderen erzählen wie wie sie daneben als xenos kultisten wie wahnsinnig sie daneben wohl diese diesen diese erhabenen kreaturen preisen die hier wohl vor verlangen langer zeit auf kart hier gelebt haben wie sie hier geboren sind wie sie gemeinsam mit den menschen ob das wirklich so stimmt wisst ihr nicht aber zumindest sagen dass dann eben diese diese stimmen wie sie dann dort miteinander sprechen vor allem der der oberpriester der dort eben neben der statue steht oder wir brauchen nur den größten ketzer von den anderen könnten wir abschlachten ich stimme zu aber lasst uns auf jeden fall die unsere lichter löschen bevor sie uns entdecken wieviel sind wir über den 25 20 meter wohl noch entfernt bequeme sprungdistanz würde ich sagen verschwindet keine bolter munition an denen sie sind das nicht wert schreienden ketten schwerter finde ich dafür viel interessanter lasst keinen entkommen